Hallo, ich hab Angst. Wird geil. André sagt guten Morgen, gerade aufgewacht, einmal zum Spot, einmal Wind checken, einmal gucken was es überhaupt geht, dann geht es einmal zum Frühstück und dann geht es kiten, hoffentlich, aber mal gucken ob das das wird, aber bestimmt. Man ist in der ganzen Kalt, also es sind nicht so viele Jungs, die ich kenne. Scheiß Winter. Ich kenne mal warm. Es wird nicht warm. Wind ist offshore, es ist arschkalt, keine Ahnung ob das jetzt funktioniert. Wir kriegen hier noch so eine Storage Box und dann gucken wir später mal, ob das jetzt los geht. So, Spot Einleisung haben wir bekommen, jetzt wird sich umgezogen. Wir wechseln einmal auf die GoPro und dann geht es schon aufs Wasser. Musik 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.